Glaubst du denn, wir werden heute ein Reh schießen? Wenn ich jetzt ehrlich antworten soll, das ist eine Chance von 50-50. Hallo ihr Lieben, ich bin gerade in der wunderschönen Natur, aber auch heute wird es für mich wieder unbequem hier bei Follow Me Reports, denn die Frage der Fragen ist heute, kann ich einem Reh den Kopf abschneiden? Für mich ehrlich gesagt unvorstellbar, für die Jägerin Michaela ganz normal. Ich werde sie heute begleiten und so gut es geht alles mitmachen und vor allem würde ich gerne wissen, warum wird man Jägerin? Eure Fragen habe ich natürlich auch wieder im Gepäck und deshalb würde ich mal sagen, kommt direkt mit. Mir stehen heute einige Herausforderungen bevor. Wir werden nicht nur versuchen ein Reh zu jagen, ich werde sogar versuchen ein Reh zu zerlegen und hinterher zu essen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann oder überhaupt will. Aber zunächst erkunden wir das Revier. Wir arbeiten jetzt, ne, Revie? Oha. Genau, also. Jetzt wird's. Genau. Bei einem Revierrundgang habe ich immer die Waffe mit dabei. Ungeladen, wie man jetzt sieht, geöffnet natürlich. Okay. Weil es kann natürlich sein, dass mein Hund irgendwo wild findet. Sag mal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Jägerin werden zu wollen? Ich bin zur Jagd gekommen durch meinen Trainer. Ich habe damals drei Jahre im Schützenverein verbracht und der hat mich dann einfach mal mitgenommen. Wir sind dann auf das Thema gekommen und hat mich gefragt, naja, willst du mitkommen? Und dann bin ich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr mitgegangen und habe einfach gemerkt, das ist unglaublich faszinierend. Das ist ja nicht nur das Schießen, sondern alles, was auch drumherum passiert, dass das meins ist. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, schon als Kind gewesen. Also das Erste, was wir jetzt machen, ist die Revierbegehung, ne? Genau. Warum macht man das? Was ist das Wichtige und worum geht's bei dieser Revierbegehung? Kurz und knapp umfasst, ich mache mir ein Bild darüber, was im Wald, in meinem Revier passiert, welches Wild zurzeit auf den Läufen ist und wo ich im Endeffekt auf Wild treffen könnte. Und natürlich auch, um zu sehen, ob ich irgendwelche Schäden im Wald habe. Siehst du das? Was ist das jetzt für eine Fährte? Es ist ein Abdruck eines Hofes. Da ich jetzt hier keine weiteren Fährten sehe, wird das ein Tier sehen, was alleine unterwegs ist, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Entweder ist es verletzt oder krank oder es ist einfach, hat seinen Rudel verloren und ist auf der Suche danach. Aber es ist da. Das ist für mich als Jäger schon mal sehr schön zu sehen, dass Wild da ist im Revier. Glaubst du denn, wir werden heute ein Reh schießen? Wenn ich jetzt ehrlich antworten soll, das ist eine Chance von 50-50. Was fühlst du, wenn du ein Reh erlegst? Also ich würde das so beantworten, wenn der Jäger das ohne Emotionen macht, dann hat er was falsch gemacht. Also ich persönlich bin immer aufgeregt, wenn ich ein Stück Rehrot, Damm oder Schwarzwild erlege, weil ich weiß, ich nehme ein Leben, um quasi mir das Fleisch zu geben. Und da ist das ganz schön, um die Tiere zu führen. was natürlich auch Existenzen bedrohen kann und dass auch im Wald an sich keine gesunden Bäume mehr wachsen könnten. Aber es ist für mich so schwer vorstellbar, dass man etwas Natürliches wegtöten muss, damit die Natur weiter so bestehen kann. Ich habe gegen diese Annahme überhaupt nichts. Das Problem ist, dann müssen wir uns als Menschen auch zurücksetzen. Zum Beispiel die Waldwirtschaft, ganz klassisch jetzt so Holz. Irgendwelche Holzmöbel wären Mangelware, weil wir keine ordentlichen Bäume mehr hätten. So jetzt haben wir hier den nächsten Arbeitspunkt in der Revierbegehung, der Hochsitz. Das Wichtigste ist zu gucken, dass er nicht angesägt ist, weil wir hatten leider Gottes oft die Probleme, dass Jagdgegner uns die Hochsitze angesägt haben und das ist natürlich nicht lustig, wenn jemand aus, der ist jetzt vier Meter hoch, mit vier Metern Höhe, mit so einer Kanzel absegelt. Der sieht gut aus. Okay. Ich bin ja geblendet von deinem Gewehr die ganze Zeit. Erklär mir mal einfach was zu deinem Arbeitskampf. Das ist jetzt eine Standardjagdwaffe. Was ist hier wichtig? Wichtig ist, dass er in Top-Zustand ist. Also das heißt, der Lauf muss innen drin sauber sein, die wird regelmäßig geputzt. Das Schloss hier, das muss halt offen sein, wenn ich ohne Munition durch den Wald laufe. Dass man halt auch von Weitem erkennt, die ist nicht geladen. Das ist nichts Besonderes. Darf ich da auch mal durchschauen? Die halten und schauen? Ne, halten ist jetzt nicht so gut, weil also wenn wir auf dem Schießstand wären, könnte ich sie dir jetzt mal in die Hand geben und dann dürftest du sogar auch mal schießen mit einem Schießstandleiter an der Hand. Aber jetzt hier möchte ich sie dir nicht in die Hand geben, weil das einfach eine unberechtigte Person ist. Also du hast keine Nacktscheine. Also wir wissen ja noch nicht, ob wir heute Abend was schießen werden oder nicht. Genau. Aber das Zerwirken gehört ja trotzdem dazu. Genau. Und das ist auch eine Sache, die man halt auch lernen muss, wie man es ordentlich zerwirkt und welche Handgriffe und all sowas. Man wird dann immer besser mit jedem Stück und deswegen sind wir jetzt ja auch beim Dirk, beim Dirk Wellershoff, dem Präsidenten vom Landesjagdverband, weil der hat die Möglichkeit, dass wir das jetzt mal machen können. Okay. So ein Stück Rehwild zerwirken, also auseinandernehmen. Ja, hallo ihr beiden. Hallo. Herzlich willkommen. Hi, Klaminata. Dirk. Freue mich. Hier haben wir die Kühlzelle. Folgt ihr mir unauffällig? Ja, ich mache die Kühlzelle zu. Danke. Ich glaube, ich kann es nicht. Ich glaube, ich kann es nicht auseinandernehmen. Also ich war vorher voll davon überzeugt, dass ich das locker machen kann. Irgendwie bin ich erschrocken. Guck mal, zum Anfang. Zum Anfang kriegst du schon mal ein paar Gummihandschuhe. Zum Anfang. Oh Gott, ich kann das nicht anfassen damit. Das ist die falsche Einstellung. Du kannst das. Ja. Wenn man das so betrachtet, finde ich es gerade schon wieder, jetzt habe ich mich, glaube ich, daran gewöhnt. Ja, das muss man ja auch ein Stück abstrahieren. Das ist jetzt kein Stück lebendes Wild mehr. Jetzt ist es ein Nahrungsmittel. Also ich muss sagen, je länger ich jetzt hier stehe und da zusehe, desto weniger schockiert bin ich. Das ist tatsächlich ein totes Tier zu sehen und den Gedanken zu haben, dass wir das tote Tier nachher essen. Das ist ja das, was wir abstrakt in der Stadt nicht mehr wirklich wahrnehmen. Ja. Und hier hast du jetzt das tote Tier und du weißt in dem Moment schon, ich soll das nachher essen. Und das ist dann das, was man erst mal umsetzen muss. Aminata, möchtest du das Haupt absägen? So als ersten kleinen Schritt. Ehrlich gesagt, da kann ich das nicht. Okay, dann mache ich das. Das ist kein Problem. Geht auch um Zuck, scharfe Säge. So, dann haben wir jetzt das Fell runter und haben jetzt im Grunde genommen den Körper übrig. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne helfen. Also ehrlich gesagt, so spontan bin ich das nicht. Aber ich finde es total respektlos zu sagen, ich will es nicht auseinandernehmen, aber ich will es später essen. Das ist auch eine tolle Einstellung, ja. Ja, dann würde ich das Angebot annehmen. Gut. Also ich habe das Gefühl, ich möchte das nicht mehr essen. Das geht gleich vorbei. Heute Morgen habe ich mich so gefreut, so gutes Fleisch essen zu können heute. Und jetzt denke ich, ich muss jetzt Vegetarier werden. Ich kann mir auch Angenehmeres vorstellen. Ich könnte mir auch eher vorstellen, wir sitzen jetzt draußen in der Sonne und trinken einen Kaffee. Aber es ist eben so, wenn wir nachher auf Grill ein Stück Reh essen wollen, dann muss es irgendjemand klein machen. Und in dem Fall habe ich es gestern erlegt und dann mache ich es auch klein. So, dann gehen wir einmal in die Küche. Einmal quer durch die gute Stube. Also das ist nicht der Trophäe. Oh, wow. Oh, wow. Das ist jetzt Ihr ganzer Stolz, ne? Ne, das kann man so nicht sagen. Das wäre auch falsch ausgedrückt. An jedem von den Gebeinen hängt eine Erinnerung und ein Yachterlebnis. Und es ist schade, dass man die Weiblichen nicht auch irgendwie darstellen kann. Deshalb haben wir die Trophäen von den Männlichen und die zeigen, dass aber Stolz ist was anderes. Ich freue mich, wenn ich einen Hirsch sehe, dann weiß ich, wo ich den geschossen habe. Dann verbinde ich da ein Yachterlebnis mit. Ist das ein Steinbock? Ne, das ist ein Oryx. Der ist aus Namibia. Oryx? Ich habe schon mal ein Oryx gegessen in Namibia. Ist auch wirklich lecker. Kann man auch vergessen. Aber also, Sie machen auch so Großwildjagd? Ja, Großwildjagd. Das war jetzt in Namibia mal eine Reise mit meinem Vater, der mittlerweile verstorben ist. Und wir fahren auch schon mal ins Ausland. Ich muss sagen, ich bin, ich habe schon wieder sehr komische, gemischte Gefühle. Und ich muss kurz noch mal das sacken lassen. Ja. Wir haben auch vorher Fragen gestellt an die Community und viele sagen, sie finden es schlimm oder können sich nicht vorstellen, Tiere zu töten. Was können Sie da gegensetzen? Ja, Tiere töten ist das Normalste der Welt, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Wir essen rund 60 Millionen Schweine in Deutschland. Die werden alle irgendwie getötet. Wir essen genauso viele Hühner und Puten, die alle getötet werden. Und für mich ist es eben auch ein normaler Prozess, dass wenn ich etwas essen will, muss ich es vorher getötet haben. Und insofern gehört es dazu. Es ist der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Tieren. Wir töten ja niemals ohne Grund. Sondern wir entnehmen der Natur das, was zuwächst und was wir dann für uns Menschen nutzen. Ob das jetzt ein Ledergürtel ist, ob das Lederschuhe sind, ob das Lederbezüge im Auto sind. All diese tierischen Produkte sind in unserem Leben ja überall vorhanden. Und wenn man diese Produkte nutzen will, dann muss ich vorher ein Tier getötet haben. Naturschutz ist die eine Seite, die Trophäen ausstellen nochmal etwas ganz anderes. Wenn ich mir die ganzen Köpfe anschaue, wirkt es schon sehr nach Machtdemonstrationen. Bevor es jetzt zur Jagd geht, müssen wir uns erstmal noch stärken. Und dafür haben wir ja vorhin das Reh zerlegt. Das werden wir jetzt gelernt. Ich bin noch ein bisschen... Es gibt auch Käse und Gemüse. Ja, für die Veganer. Weil du kein Fleisch mehr essen kannst. Ehrlich gesagt bin ich gerade vor und dachte ich so, ich kann es auf jeden Fall essen. Jetzt erzähl mir nicht, dass du es nicht essen möchtest. Der Trophäenraum hat mich gerade schon wieder zurückgeworfen. Zurückgeworfen. Das ist gut, dann kann ich es alleine essen. Das macht gar nichts. Also ich habe gemischte Gefühle diesem Stück hier. So, ich esse schon immer Fleisch und es wäre total schwachsinnig, jetzt kein Fleisch zu essen. Deshalb werde ich dieses Stück jetzt probieren. Auch wenn ich es eigentlich fühle, weiß ich nicht. Es fühlt sich komisch an. Komisch, dass es sich komisch anfühlt, ne? Aber... Schmeckt toll. Kann ich es mal ausprobieren? Ja, kannst du. Warum macht man das eigentlich? Das ist zum... Ja, erstmal gehört es zum Brauchtum. Das ist das Jagdhaunblasen. Da gibt es verschiedene Signale. Wie zum Beispiel die Todssignale. Und die spielen wir dann halt auf den Jagden, um das Wild nochmal zu ehren. Sagt die ganze Zeit, man ehrt das Tier, weil man noch was im Mund steckt am Ende. Und dann ehrt man das, wenn man noch einen Song spielt, quasi. Aber ihr habt es ja getötet. Ja, aber es ist ja trotzdem ein Lebewesen dahin geschieden. Und es ist einfach so, wenn von uns einer stirbt, ein Mensch, dann gehen wir ja auch in die Kirche und geben unseren letztes Geleit quasi und ehren den Menschen, weil er aus dem Leben geschieden ist. Das ist einfach... Das hat sich das hier aber gar nicht ausgelegt. Nein, das haben wir entschieden. Aber es ist trotzdem der Fall, dass man nicht einfach sagt, hier wird geschossen und das ist jetzt tot und fertig. Sondern wir haben immer noch dieses Gefühl, dass da etwas Wichtiges und was Gutes zu Fall gebracht wurde. Okay. So, wir gehen jetzt auf die Jagd. Ich bin schon sehr gespannt, ob wir heute einen Bock erlegen oder nicht. Fifty-fifty hast du gesagt. Ich bin auch gespannt. Weitmannsheil. Mein Adrenalin ist mega hoch, mein Puls ist mega hoch und ich merke, dass ich übertrieben meine Komfortzone gerade verlasse. Und es viel intensiver ist, als ich es mir vorher vorstellen konnte. Ähm, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Und jetzt warten wir. Und dann sitzt du auch manchmal fünf Stunden und dann das Nächste. Und dann gehst du einfach in die Hose. Das kann auch sein, ja. Und dir wird nie langweilig. Weil du genießt die Natur. Ja. Du bist nur das Fenster verantwortlich. Das heißt, wenn ich verfehle, dann in die Bücher gehen auch. Und wir warten und warten und warten. Obwohl ich die Natur und die Stille beruhigend finde, ist mein Körper die ganze Zeit angespannt. Was ist, wenn wir wirklich ein Reh töten müssen? Diese Entscheidung bleibt mir glücklicherweise heute erspart. Nach drei Stunden haben wir noch immer nichts gesehen und entscheiden aufzugeben. Also ich muss sagen, heute war das für mich eine sehr intensive Folge. Ich musste auf jeden Fall aus meiner Komfortzone heraustreten. Für mich war der Moment im Trophäenraum ein ziemlich großer Wendepunkt, weil mir da klar oder bewusst oder ja wirklich bildlich gezeigt wurde, dass es nicht nur um Bestände geht, Naturschutz oder Nahrungszufuhr, sondern eigentlich um Macht. Machtausübung und eine gewisse Herrschaftlichkeit, die ich persönlich überhaupt nicht, also mit der ich mich da total unwohl gefühlt habe. Dieser Tag war sehr, sehr aufstoßreich für mich, aber ich glaube, ich muss wirklich nochmal alles sacken lassen und vielleicht auch nochmal die Folge selbst ansehen, wenn sie dann da ist, um dann zu entscheiden, ob ich nochmal jagen gehen würde, ob ich überhaupt nochmal Fleisch essen würde und ob ich, ja wie ich generell dazu stehe. Und nicht vergessen, hier gibt es eine weitere Folge Follow me Reports. Dort gibt es weitere Formate von Funk und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren und vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was ihr zum Thema Jagd sagt.